Du willst mit dem Laufen anfangen? Weißt nicht, wie du das machen sollst? Bist überfragt, bist überfrachtet von den ganzen Informationen, die du im Internet findest? Dann habe ich jetzt hier was für dich, dieses Video hier. Herzlich willkommen, ich bin der Ulli, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin Ausdauertrainer, Ernährungsberater und Fitnesstrainer und habe schon mittlerweile über 300 Videos hier auf YouTube veröffentlicht. Ich möchte dir heute ein Thema vorstellen, wo es um einen Lauftrainingsplan für Einsteiger geht, um ein E-Book, was ich 2019 mal geschrieben habe, was mittlerweile schon über 1000 Leute sich runtergeladen haben und ein neues E-Book, das ist ein Laufschuhratgeber, den ich dir heute präsentieren möchte. Und keine Sorge, du musst dafür nichts bezahlen. Das ist alles kostenlos, was ich dir jetzt hier sage. Wenn du wirklich Hilfe brauchst, dann kannst du jetzt auf meine Webseite gehen, dann wirst du auch dieses Video finden und da stelle ich das alles mal vor und da kannst du dir das alles kostenlos runterladen und dann hast du auf jeden Fall erstmal eine großartige Stütze, damit du deine Ziele erreichen kannst, damit du mit dem Laufen anfangen kannst und auch die Fehler vermeidest, die ich damals mal gemacht habe, vor 30 Jahren und dass du einfach mal siehst, hey, das ist gar nicht so schwer, wie das vielleicht im Internet zu lesen ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit den beiden E-Books und mit dem Trainingsplan. Damit wirst du auf jeden Fall 30 Minuten am Stück laufen können, ohne eine Pause zu machen und ich wünsche dir dabei viel Erfolg und alles Gute, dein Uli. Und dann, wenn du dich, dein Uli.